Haben die gesagt? Ja, voll das Viech und so Die Bestie Bin so der Marienkäfer, ne? Immer Richtig gut Ich hab mich auch auf das Nummernschild angesprochen Warum ist denn das weiß? Ich weiß es doch nicht Ich hab das aber wirklich noch bei keinem anderen gesehen Das muss ja Vielleicht haben das auch alle anderen falsch Du hast das richtig Ich hab das richtig Alter, ganz neue Perspektiven jetzt Jo, ey, du hast schon Dings Rang 4 mit ihr Ach Mit Kasadin Kasadin Mit ein Bird Mit ein Cat Für die Welt Bananas Der Drohgotz hat einen goldenen Rahmen Vielleicht ist der Level 30 oder so So, jetzt kommt zu God Rank 1 Million Jetzt hab ich voll lange nicht geschickt, dass du Fernando bist Ich guck so, hä, warum hat Ruckus nur God Rank 5? God Rank God Rank Ich hab umgeswitcht, alter Für die Welt Ja Mann, sein Spruch, ey Mann, sein Spruch, ey Äh, ja, ich würd sagen, dass wir haben mit Richtig coolem Anfang mit Kronos Waaah Alter, wo bist du denn? Alter, war das grad komisch mit der Namensanzeige Es wurde mir so angezeigt, du stehst hier Hm? Aber du stehst ja Äh, da, äh, du standst ja echt gerade da Das ist ja doch gestürmt Guck Oh, 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 was ist das? Alter, was war das? Hast du gesehen, alter? Das hat mich gestreift, gestriffen, gestarzt Wuuuuh Achja, das ist ja gar kein Dash wie von Ruckus Hier raus, hier unbedingt raus, alter Ihr habt den schlaueren Weg gewählt Natürlich Bist du wieder Bastard? Ja, klar Ja Ja, ich bau mein Schild 11 Danke, genau Du hast nicht der Bastard Ich konnte ich's nie zu sein Ja, man Welkom Ah, gut Ah, gut Dann tue ich mein Zing, ne? Hey, ich hatte doch mal Äh, gesagt, dass der hier, der Fernando, so ne komische Anzahl an Lebenspunkten, wollt ich grad sagen, hat, ne? So mit 6.375 oder was das war Ja Das lag daran, dass der bei den Karten Beim Loadout nur auf Stufe 3 von 4 war Und jetzt hat der, äh, 6500 Ja Ist voll nice Und auch die Stärke vom Schild Hab ich beides auf 4 Oh, shit Oh Swag Sweezyyeg Oh Let's make this interesting Und, da ist er weg Ich brauche ein bisschen mehr Money Full Forged Chargers Move out Hörner hoch Hörner hoch Alter Jetzt ist ihre Fallen voll komisch Die Messer Die Nerven voll Wenn du dann mit nem Pferd langreitest, dann die, die Die Jesus can't stay away from me Coming through Oh Ach du Scheiße Awww Chor Wo ist unser Nerys zu Alter Schick mich hier 15 Sekunden remaining Nester Falle Die Dragons Furie Ach du Scheiße Alter Ich komm da gerade raus aus der Tür Ach du ja Weißt du Hier im Recap gerade steht so Juuu und dann Bumm Schissene Situation Wenn Fernando hier nicht rauf kann Doch Ach Alter Hast du gut gesehen das Ist auch geschafft ohne den Sprung Aber ich habe das gesehen das Jeff Im so Guckoo Ja 5 4 3 2 1 mit Krause, Sprung! I'm Lord Friesen, yes. Awesome! I'm gonna deck you in the schnapp! Und der letzte Vigilter war so fein. Oh. Sorry, that's easy to run. Are you exactly? Makua! Ja! Alter. Richtig gut dabei. Wenn ich gleich jemand von hinten angreif, habe ich ein Problem. Ja! So als aber Kinder-Snipe. Und, und. Mann, wie was aussieht im Recap, ey. Wie die da richtig so die Scheiße auflädt und dann so zielt. Ich kippe halt einfach so um dann. Ja! 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 Da kam schon immer so Geräusche, wenn man die Payload gepusht hat. Weil man die Dings fickt, ne? Ja! Redet! Na, Mann! Machst auch nur wegen Geld, alter! Ja! Den Söldner! Teil war Schoss! Hä? Fuck! Nereso! 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 Kann man das Schild kaputt machen von dem Schildkrötenboy? Nice. Man, das Movement Speed-Ding, das bringt eigentlich gar nichts, ne? Ne, ich kauf das auch nicht. Ich kauf vom Yellow-Dings. Auch wenn da eine Armee-Venatori oder so ankommt. Rote Templer. Mit Lagon. Da hat sich Algon-Bull gefreut, nachdem man die Story durchgespielt hatte, dass man einem Drachen und einem großen Wind in den Arsch treten durfte. Er hat gesagt, das hat Spaß gemacht. Schon witzig. Da oben, Alter, hat er sich was zum Snipen rausgesucht. Der Ehren. Mann! Meine Kugel hat die gekämpft. Und du wusstest das ganz genau, dass ich die angreifte. Oh, das ist ja auch so eine langsame Kugel. Das ist so witzig. Du hast den gekriegt. Äh! Vektor! Ich fühle mich stärker. Vektor! Oh, ja! Oh, ja! Ich dachte, dass ich die Kille noch bekommen habe oder so. Dick-Neck-Pedgy-Wack! Möss schädigen, Top-Multi-Kill, Möss Objektiv-Time! Wuuuh! Put your hands in the air! Everybody say, oh yeah! Oh yeah! Schon witzig. Wuh! Wuh! Wuh!